ja hey willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play genji days of the blade in der letzten vorgabe von karl kino in die frisse bekommen und damit machen wir jetzt weiter ich meine wir geben den jetzt auf der fresse ich gehe mal mit joshih tune da rein ob die katzen sich ein bisschen verändert hat ich glaube zwar nicht aber es macht ja auch so einen ausweichschritt nach ostteilisch alter kampf kann erst begonnen ich kann nicht mal überspringen oder weiß nicht vielleicht ja das war gut und da war schlecht weil meine angriffe kann er auch kontakt hat gefühlt was nicht wo du war es aber ich gehe weg seit wann ob es da kommen ja dann mit immer gut ja ich sollte wirklich ab werden und die angekünfte jahr irgendwann bekommene nicht bereit ich werde jetzt einfach mal ein bisschen online sehr schön auch die nieder kann ich auch blocken naja er hat aber nicht gut an dem ist kann ich nicht blocken anscheinend nein 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 ja schon wieder tot gesehen ich muss schon jetzt so gefährlich hier ja 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 ich wusste jetzt kommt die combo ja muss den gegner auswendig kennen also so wie in jeden jeden h h bis jetzt eine bombe bands ja ja sehr gut ich habe hier mit schieße kann ich explodiert wenn ich so viel abgezogen dann aber viel abgezogen war es den gleichen erfolg mit banker am besten wir waren geiler kampf finde ich man kann sich mal vernünftig irgendwie bewegen er ist immer so außerhalb meiner reichweite meiner kamera meine ich einfach schwer macht ihr den fans 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 was war es war geblockt gerade und da nicht nein 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 er ist beinahe tot ich tue so wenig abziehen schon kleine beleidigungen habe ich sorgt für meine wachen sind schon so oft gewalt hat also stärker werden sie nicht mehr die ich habe mir ich habe sorge für die gegner werden immer stärker wo ist jetzt so ein mann out diesmal gehe ich auf nummer sicher nein nicht du nicht du du da ich wusste es also eine blubber ps sowas ich werde ihm ab oder auch nicht man geht weg ich bin ja schon so ein bisschen mit karte die dinge besonnen meine güte kann sich die ganze zeit weitermachen ich bin dann angefangen wie einfacher ausweichen als das tier auch noch eine wundervolle und grömer kraut ich will mit denen erlegen hilfe wir immer von den heftigsten angriffen getroffen werden bemerkst macht er da ja ich bin mir sicher ja ich den angriff eigentlich auch vergesst die ganze zeit immer hatte ich angefangen ist diese ein war für dich nicht ausgerüstet mal hier geblieben er wird von jedem ist getroffen habe ich solche punkte leben ja hat hoffen nein stehe bloß auf ja ich hoffe ich habe es nicht irgend so ein mist was so manchmal passiert so wie hier bei hams geht es auch noch mal sicher mal falsche dann kam es auch bald bereit im besten so in glan schluss geben damit ich habe auch immer irgendwo aufstehen wo ich dich nicht sehe also außerhalb der kamera ist voll doof ich muss ja mehr auf die karte kommen auf denen habe ich das gefühl so dass da da und schon wieder vielleicht mein kamo hinterher und dann müssen weg ich meine ich weg wie weg teleportieren mit der zeit macht sondern weg ich habe hier noch im letzten moment sehr doch war das falsche menü bei hams hat wenn mein kamo übereit sind dann bist du dran bei hams jetzt schon wieder irgendwo wo der sich bewegen kann habe ich das gefühlt wie er sich andauernd davon treffen ist naja jetzt war ich habe das so blut das kommt schon macht er da dadurch man kann mich aufholen so jetzt kommen wir ab jetzt reicht es ja verdammt mit kreis erledigen sollen egal wenn jetzt noch eine form kommt war schon schwer genug fand ich ja es kann nur einen geben also wir jetzt hier fertig So, wollte schon sagen, so, wollte schon sagen, dass wir die Hauken. Hauken, Sie sind. Hauken, Sie sind. Benkei, das ist ein Musasibo-Benkei. Das ist ein Wunsch-Werken. Ich bin bereit, ich bin bereit, da war man trip wir sind jetzt da raus und endlich mal wieder in die echte welt das ist doch schön oder naja wartet und jetzt mal ist es hat fehlen mal vier leute und alles geht im bach runter ist doch klar deswegen sollten wir nicht irgendwie aufgestellt werden einfach nur vier leute und da kommt schon der erste kampf wir sehen sie den feindlichen general wir sehen sehen veränderten general der die feindlichen einheiten anführt feindlich verstärken können sie erst auf einmal wenn sie in generale signal hat auch schon mal so wer ist der general wird wahrscheinlich auf der karte noch mal neu angezeigt gegenstände gut im schirm zum dickeren fall also ich komme jetzt mal hier oben voll geil aus hier gerade hier sehen nirgends wo einen dicken pfeil auf der karte kann ich nicht einfach ignorieren das wäre jetzt so mein masterplan einfach weitergehen deswegen sehen sie den feindlichen gerade was jetzt kommt schon wieder so eine unendlich lange schlacht hier hier Nein, ich muss es nicht mehr nutzen, mich. Ich muss mich auf's- schaffen. Herr Kim, was hat er zu finden? Herr K untbritt, Herr Kollege, damit ich mich nicht. Ich fahre, wenn ich mich nicht mehr haue, Herr K unbekommen. Mein Gott? Herr K unbekommen ist, man muss ich mich nicht verlete. trau bloß nicht dieser alten hexe wie gesagt mir hast du schnell geguckt hast kann man nicht gut ausgehen wir müssen irgendwann gegen den kämpfen oder was zum teufel ist ab denn eliminieren sie da eliminieren der lebenden waffe setzen sie den aber lässt ein um die lebende waffe zu besiegen die auch sie unterfeuert was ist der aber lässt eliminieren sie alle feind die sie behindern was ist der aber lässt wollen die von mir nein kommt was großes oder so dafür sind hatten für welche heute nicht ihr seid schon genug gepanzert wie du bist auf der box dass ich da ging er ist ein general ja ich hatte ja massenschlacht hier kommen wir nicht dass er schon genug noch schon über port einheiten ab wer kämpfte mit so war da so krank ja so ein bisschen übertreibende so ist der generalabend erledigt war nicht mal bei alter ja schon wieder habe ich irgendwas gemacht ohne zu wissen wie überhaupt nicht übertrieben die gegner hier ja ich bin general wo seid ihr da wer und speichern wer geil hat hat mir lange auf sich warten habe ich dort geführe ja du komm her und macht doch nicht so schwer man ja du bist weg bist du bist du kinder lassen jetzt alle diese komischen viecher aber wenn ich den generalabend sind alle weg er hat gelogen wie groß ist nach schlacht wird hier ja da muss ich irgendwas machen ah ok ein aber lässt ist ein riesiger bogen der mit tötige kraft mit einem einzigen fall abfeuert geben sie gehen sie auf ihn und drücken sie x um den teil abzufeuern der aufbau richtet bei entfernten feinen großen schaden an ja wenn ich mal dürfte x abgetroffen aber nicht doch tot da kommt der nächste hier sind zwei generelle high so einer seck der zweite folgt zugleich sehr schön jetzt haben wir einen schlag weg sehr schön so bei 1 1 1 da wo ist ja was das land für fischer da schließe karduf war es den nächsten ab okay wir sehen sie die restlichen feiern und begeben sie sich zur hinschiefestung du kommst du da genau du bist ich warum wir jetzt wieder den hier machen muss ich wieder ernst auf den hier machen ich bin banker ich mache sachen kaputt denkst du den ich habe ja wohl alle generell jetzt erlebt war bei den typen möchte ich irgendwie in so eine schlacht sehen so eine massenschlacht aber so ein echt mal schon wieder so hat mal verpasst euch besiegt die restlichen einheiten irgendwie habe ich nicht sorgführe ich habe machen muss aber wir sagen die mir noch einfach nur mich beschäftigt zu halten endlich statt ja weg weg wo bank ja level mal dein deine hp auf ein bar sag oder 360 man kann es auch übertreiben weg so ich erledige euch jetzt alle und wer danach kommen noch welche das sind immer noch voll viele hallo schule feiern hinterlässt so ein lecker sein so gleich sind nicht mehr gleich sind der alle erledigt hoffe ich er wird wieder zum unendlichen kampf oder in anderen knüppeln sollte ich auch mal einsetzen ist irgendwie besser gegen massen habe ich auch mal so und am bäbz sie denken nicht so aus als würden ihr weniger sein immer noch genau so viel ausleckt mich na ja einfach weiter verarsche ich doch nur genauso viel geht aber wie vorher irgendwo so ein dinge mir ich habe irgendwo so ein amerikaner dingen übersehen und da ist ein typ noch wo wisse ja aus dem weg knüpfen wir den hier vor sollten leckt mich am wem fangen gucken auch heilung 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 kann wo ist das glaube ich egal könnten sie auch mal ein bisschen mehr verteilen sehr so gut wie nie er hilfe so er ist weg oh my gosh wir sind ja noch mit einem schlag weg hier klein ja keine problem so irgendwo dahinten habe ich noch eingesehen war einige da kommt da habe ich neu bis euch kein glib ist auf so noch mal den ich bin doch so geil den typen der macht mich fertig einfach nur alles kaputt machen es ist noch einer würde ich aber sagen ich mache ihren schnitt und wir sehen uns in der nächsten folge ja 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 ja